Sooo, Hallöchen meine lieben Freunde, ich hab mein Herzliches hier Opisoo, euch meine lieben Zuschauer und begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Partie LEV VODER 2 mit dem DA ROCKTOWN LEV VODER 2, yeah, mit Blues und DA ROCKTOWN und jetzt geht's wieder los Los, und ihr könnt sicherlich bei mir leicht im Hintergrund ein Liedchen hören Wir sind mal leise Ja, so ganz leicht im Hintergrund, wenn ihr's nicht hört, ich stell's mal ein bisschen lauter Moment Das ist auf jeden Fall richtig, äh, richtige Thriller-Musik Richtig, das ist aus 28 Weeks Later, so ein Soundtrack, also für die Leute, die den kennen, ist auch so ein Zombie-Film Und ich dachte einfach mal, dann lassen wir jetzt einfach mal beide, ähm, ja, einfach mal abspielen, ne? Ja, für die schöne Atmosphäre Richtig, also wenn wir dann Zombie-Action haben und dass Musik leise ist, dann, äh, ist ja egal Ja, passt schon Gut, ähm, wir haben ja das letzte Mal, äh, Todeszone bis zur vierten Kampagne ges- äh, bis zum vierten, bis zum vierten Level gespielt Und jetzt kommt das Finale und du spielst wieder den Long-Dong-Jong Ja, natürlich, Standard Steh ich voll drauf Der mit der langen Krawatte, wuuuuhu Und, ähm, ja, ihr habt euch gewünscht in irgendwann der letzten paar Folgen, dass wir auf Experte spielen sollen Und hier seht ihr jetzt bei mir Experte, Kampagne-Experte und, äh, ich starte einfach mal das Spiel, ne? Ja Also Experte ist sowas wie der Hardcore-Modus, also der ist echt, der haut auf jeden Fall rein Ja, ich kenn mich da überhaupt nicht mit aus, aber ich lass mich einfach mal aufs Abenteuer ein Ja Ne, der, der Blues, der wird das schon irgendwie hinbekommen, mich da durchzuführen Ich hab ihm ja grad nur gesagt Ähm, ja, ich mein amt einem Sperma Ähm, ja, natürlich, ich hatte heute wieder richtig Druck, aber, äh, ist ein anderes Thema Ähm, auf jeden Fall, da machen die Zombies 20% Schaden, also 20 Schaden von den 100 Leben, die wir haben Und, so, ich denk mal, wenn wir das verkacken, dann, äh, stellen wir wieder auf normal, oder? Ja, da wär ich auch für Vor allen Dingen, dass ich, ja? Ja, ich, ich weiß einfach nicht, wie ich davon halten soll Entweder wir verkacken jetzt richtig, oder wir sind gut und verkacken dann Aber, äh, ich bin verwirrt, mach du, weiter So Oh, jetzt ist die Musik gerade richtig schön bei mir Ich hoffe mal echt nicht, dass sie zu laut ist Wie gesagt, wenn sie zu laut ist, dann tut's mir auf jeden Fall leid Dann, äh, hört ihr eben nur diese coole Musik und die ganze Zeit Zombie abschlachten und, äh NUAAH We have some, some Wir haben es gleich noch nicht gelesen SÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Oh, da kommen sie direkt. Ich packe den Klo aus. Fuck, ich hab ihm schon da... Hast du den Darm spritzen sehen? Der ist trotzdem noch gelaufen. Passiert mir auch immer. Immer wenn ich auf Klo war und dann aufstehe, dann fliegt der Darm einfach so weg und ich laufe weiter. Stell mir gerade bildlich vor. Oh mein Gott. Das ist nicht so cool. Dead Imagination. Ja. Boomer Co... Ah... Molly? 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 Yay! Wow! Oh mein Gott, sind hier viele Leute. Barmenschen. Ah ne, die sind ja Zombies. Ja, das geht ja eigentlich noch. AAAAAAAH! Fuck, fuck! Brenn! Burn! Anfeier! Ich renne! Scheißdacht auf meine Leben, Alter! Diesen Molotow! Nein! Fuck you! Burn in hell, motherfucker! Boah, achte mal, wie schnell die tot sind! Scheiß! Alter, neben dir! Ah, gut. Ich heil mich kurz. Das war jetzt echt ähm... Boah, da passt die Musik jetzt grad... Boah, weißt du was? Äh... Du hältst dich ja grad. Ich lass die Musik jetzt einfach so laut. Weil es passt jetzt eigentlich ziemlich gut gerade, wenn die Musik dann so hektisch ist oder so ruhig ist, wie jetzt zum Beispiel gerade. Mhm. Es passt eigentlich ziemlich gut. Okay, hallo? So, wo sind wir denn überhaupt? Hier sieht aus wie irgendein... Jockey, Jockey, Jockey! Oh mein Gott, boah, fuck, macht der Fisch. Oh, ich danke dir. Er fängt auf einmal an zu schreien, ne? Johnny, 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 WTF! Wohl auf gegen die Wand, genau. Oh mein Gott, worauf haben wir uns hier eingelassen? Also, der Hardcore-Modus... Also, der sieht jetzt noch recht harmlos aus. Aber ihr habt schon gesehen, Francis und Bill sind schon tot. Wo bist du? Na, ich hab grad ne Beule in der Hose, ey. Ach, da bist du. Geht ja mal gar nicht, ja. Tja. Oh, hier ist ein Zombie. Achja, falls ihr das Lied haben wollt, ähm... Äh, schreib mal bitte dem Darocktown bitte ne PN, weil ich jetzt... in zwei Wochen... Was? Überlebende retten? Oh mein Gott, was? Überlebende? Waaah! Echt? Äh, schreib mal bitte dem Darocktown ne PN, falls ich das vergesse, äh, in die Videobeschreibung zu packen, weil der Darocktown kümmert sich, äh, fortan um meinen Channel und sowas. Ja, das mach ich. Und... Schreib dir dann einfach ne PN. Waaah! Hinter dir? Oha! Ich schlag ihn erstmal durch die Tür, genau. Äh, hier ist Boomer Kotze. Ah ne, du hast noch nen Molly. Waaah! Fuck, fuck, fuck! Aufpassen! Waaah! Du, du machst... Waaah! Ich sag ja aufpassen! Da sollst man besser nicht reinlaufen. Kann man hier irgendwie... die Tür zumachen? Waaah, fuck, hier kann man noch niemals die Tür zumachen hinter uns. Egal. Wir brauchen die zum... Ich werd von irgendwas rausgeschoben. Ach du... Das war ich gerade, sorry. Was ist das? Oh mein Gott. Oh, worauf haben wir uns hier eingelassen? Bild ist schon tot. Frag ich mich auch grad. Ja, komm ey. Wir sind bisher selten gestorben, außer in dem Mercy Hospital Finale. Seitdem sind wir eigentlich besser geworden. TF belong dort. Va, Robert bin auf. W guck,ack. Das geht verdammt schnell! Das geht verdammtschleil. Alter! Ist das krank, ey. Ey, vor allem ne.. Was haben wir jetzt gerade gemacht? Gar nichts, ne? Beleb, bele, beleb.. Beleb mich, beleb mich, ich bin taugred. Ich versuch es! Hä? Ich lebe wieder! Ah ne, ja, ok. So geht es auch. Oh mein Gott! Okay, der Hardkommung ist auf jeden Fall ziemlich krass, vor allen Dingen, du tust einfach gar nicht, du schießt einfach, du bist einfach tot. Ja, auf einmal, plötzlich kommen da irgendwelche Köpfe angeflogen, die dich anspringen und was weiß ich noch nicht alle sehen. Bratpfanne. Ja, Bratpfanne wird dir im Nahkampf nicht viel nutzen, glaube ich, oder? Passt schon. Irgendwer muss ja Essen kochen und sich an den Herd stellen wie so eine Bitch. Ah. Ich hoffe mal, wir haben die Musik auch gerade gleichzeitig abgespielt. Jetzt ist gerade bei mir schön Gitarrenklänge und so. Ja, bei mir auch. Oh, sehr cool. So, wo bist denn du? Da, du hast auch Boomer-Kotze, ne? Ja, schmeiß die raus. Ja, mach du. Oder ich. Oder... Okay. Weil dann rennen die Zombies wenigstens da hinten hin. Und jetzt einfach nur draufhalten. Jetzt einfach drinnen. Oh mein Gott! Was war das denn? What the fuck? Attack! Oh, ich war's. Alter fucker, den Kling-Dong. What the... Alter! What the hell? Ey, die Musik passt gerade richtig gut, Alter. Willst du das schon wieder unterhauen? Ja, der packt mich einfach mit dem muskulösen Arm, steckt den mir voll in den Anus und ich hink einfach hier. Geht doch gar nicht klar. Liebst du wieder? Ja, ich heim mich grad. Boah, fuck, wie geil die Musik da einfach gerade zugepasst hat, ne? Also bei meinem Bild jedenfalls. Du warst ja tot. Ja, klar. Ne, ich hatte grad auf einmal melancholische Klavier-Melodie. Ja, jetzt hab ich auch wieder. Jetzt ist wieder zu Ende. Jetzt ist ruhig. So, was haben wir denn hier? Ein Molotow-Cocktail. Oder Boomer-Kotze. Oh, vor allem diese Musik ist auch ziemlich creepy, ey. Ah, jetzt hast du das noch eine Top-Cocktail? Ja, ne? Ja. Ja, gut. Dann werde ich jetzt einfach mal... Ich hab dir den Molly weggenommen! Nein! Okay, wir sind gerade nur bis hierhin gekommen. Ich werf den Molly einfach da hinten hin. Waaah! Fuck! What the... Die kommen ja irgendwie aus allen Löchern, die es gar nicht gibt. Ja. Ich hoffe, dass von hinten nichts kommt. Ne, ne, ich denke noch nicht, weil das wäre extremst... Nein, Boomer, fuck, ich bin angekotzt. Scheiße! In die Ecke, in die Ecke hier. Oh, fuck. Nein, 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 nein! Lebst du noch? Lebst du noch? Ich hab noch ein Spitzel. Oh, fuck, nein! Ach, du abgefickte... Ey, wie soll man das schaffen, Alter? Ich hab keine Ahnung. Ich hab ehrlich keine Ahnung. Boah, fuck, wie viele Zombies da sind, Alter. Achte mal. Ach, du scheiße. Nein, ich bin blind. Ich guck die ganze Zeit auf den Zaun. Ich seh die Zombies. Ich bin nicht da. Oh, fuck, Alter. Wie schlimm das ist, ey. Hier fliegen die Gedärme sonst nur. Warum? Normalerweise füllen wir die Zombies ab, aber die Zombies fucken uns jetzt gerade richtig krass ab. Wir füllen uns richtig ab, die Fucker. Vor allen Dingen gleich kommt erstmal noch die Rettung, das heißt das Finale und so. Und das Finale ist richtig, richtig krass sag ich dir. Ah, hier liegt ein Molly ex. Okay. Hauptsache, das ist ja noch nicht mal das Finale, ne? Und das rastet ja jetzt schon richtig aus. Wie soll man das denn schaffen? Also die Zuschauer wollten das. Es waren auch irgendwie acht, neun Stimmen oder sowas in den Kommentaren für... Was habt ihr uns hier angetan? ...und eine, eine Gegenstimme, weil sie dann geschrieben haben, äh, komm ja eh nie weiter. Hunter! Wow, wow, wow. Die Gegenstimme hatte leider recht, aber was soll's. Wow. Oh. Oh, eine Tonne. Erstmal aufwärmen. Ja. So, weiter geht's. Oh fuck ey, was haben wir uns so hier angetan? Aber hey, wir sind jetzt schon mal weiter gekommen als hier. Ich weiß hier einfach dahin genau. Oh fuck, verfehlt. Egal. Ich kann das einfach. Oh fuck, sorry, ich hab dich abgeschossen. Ach, kein Problem. Ich halt das schon aus. Hab ich zwar ein paar Löcher mehr, aber... Ist ja nur zu deinen Gunsten, ne? Richtig. Ich mag meine Penis-Serie. Und meine beiden Eier so hart in mich reinstecken. Das ist voll geil. Ich glaube, hier ist das Haus, wo wir jetzt gleich hin müssen. Und dann gleich das Finale starten müssen. Ja. Ja, hoffentlich haben wir dann noch Medikids oder so, weil so halten wir das auf keinen Fall durch. Oh, ich werd geheilt. Hier sind auf jeden Fall gleich noch Medikids auf jeden Fall. Legt hier Molly rum? Ja. Molly. Sehr gut. Ich schmeiß die Molly einfach da hinten hin, damit die Zombies da wenigstens abhauen. Ja. Du meinst die Rohrbombe, aber ist kein Problem. Genau, mein ich. Boing! Gefliegt ein Bein. Der war so ein kompletter Unterkörper. Oh, fuck. Oh, ich hasse das. Wenn die Musik dann auch so losgeht, denk ich immer, dass gleich irgendwas passiert. Ja. Wow! Oh, fuck hat er wenig. Geh weg, scheiß Zombie. So schön. Alter, verpisst euch. Das ist einfach ein Traum. Das geht echt mal gar nicht. Oh, hier im Haus sind auch Zombies. Oh, wieso schieße ich dich die ganze Zeit ab? Es tut mir so leid. Nur weil ich schwarz bin. Oh. Oh, fuck. Nein, ich hab keine Muni mehr. Scheiße. Oh, hier liegt noch ne Rohrbombe für dich. Okay. Ich nehm sie gleich auf. Moment. Oh, jetzt wollte ich dich schon wieder verschlagen. Mit der Machete, ey. Aber ich wusste es doch auf mich abgesehen. Tut mir leid, falls ich jetzt gerade geschlagen hab. Passt schon. So. Ich bin ein Starkarm. Nirgends mal. Munition wär echt geil. Mal ganz im Ernst. Oder Waffen. Ah, hier draußen. Oh, hier liegen sogar noch Medikids, Alter. Aha. Alles klar. So. Jetzt sind wir auch, denk ich mal. Soll ich die Shotgun oder die AK? Ich weiß nicht. Ich nehm mal die Shotgun. Ich nehm auch die Shotgun. Oh mein Gott. Jetzt kommen wieder Zombies angeflogen. Oh, immerhin sind die Bots ganz gut und schießen das alles ab und so. Ja. Soll ich den Funkruf annehmen? Äh, warte. Ne, wir müssen erst mal gucken, wo wir uns hier postieren. Auf jeden Fall. Da unten liegen noch zwei Medikids, warte mal. Sprich mal runter, heil dich. Ah ne, du brauchst dich gar nicht heilen. Ich heil mich. Das brauch ich warten. Obwohl. Ne, stimmt. Überhalten das einfach mal. Lass am besten hier oben postieren. Hier, jeder hat dann hier seine Ecke im Haus. Okay. Weil die rechnen eh noch einige Wände ein. Ja. Soll ich hier noch eine Treppe und so. Und komm mal am besten da raus. Draußen ist nicht cool. Da wirst du vom Smoker weggezogen oder so. Okay. Also komm auf jeden Fall hier rein. Bleib einfach hier. Bleib hier stehen und wach über die Ärsche der anderen. Alles klar. So. Ich sollte zeitig zur Musik gleich anfangen. Ich fang zeitig zur Musik gleich an.